ein kurzer marsch durch unsere dorf unsere dorf hauptstraße ja aber das ist unsere und das ist die die an unserem campingplatz vorbeiführt wir laufen jetzt richtung haupteingang zum marina verkaufsbüro für unsere tour morgen für venedig tickets holen dann nehmen wir euch noch ein stück mit da vorne wird geputzt straßenreinigung ist also auch da gleich am haupteingang perfekt der eurer mobil contura das könnte was für uns sein noch mal drei schöne restaurants zumindest optisch wie es schmeckt wissen wir nicht ist doch eine etwas teurere angelegenheit ja jetzt immer links richtung laundry zur wäscherei auf wäsche service hat mein schatz ja auch in anspruch genommen einmal komplett waschen trocknen zusammenlegen und wieder zurück in die tüte mal gucken was der spaß jetzt kostet 20 das ist ja geschenkt hinein und vergnügen in empfang genommen gewaschen getrocknet gefaltet große tasche voll 19 euro für eine dienstleistung auf die wir heute selber kein bock hatten grazie hier schaut so aus als würden die länger hier wohnen mal für drei wochen so viel blumen bringt die so viel aber cool schöner großer platz gut gut Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.